Und weiter geht's. Ui, wir haben den Füßen und Tod endlich gekriegt nach wieviel Mal? Fünf Mal wahrscheinlich oder sechs Mal? Irgendwie so. Da können wir jetzt endlich mal den tödlichen Nader suchen. Den im rauchverschänden Quallendrachen, den bekommt man meistens irgendwann durch die Reise von Fischbein und Fleischklops. Deswegen braucht man den eigentlich eine extra suchen. So, den kann man losschicken. Die beiden auch. Zum Holz wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet mit denen, dass das nur 5x5 groß ist, die Nistplätze von den Drachen. Gut, na dann, hier jetzt 900, dann können wir das hoch machen. Brauchen wir noch 900 Holz, oder? Ne, doch, 500 brauchen wir. Das kriegt man vielleicht durchs Gratispaket. Kronkel, Fisch, naja, Holz und Runen. Das ist auch gut. Jetzt haben wir 14.000, da kann man hier die Brücke bauen. Und das Sägewerk kann man auch bauen. Das haben wir dann morgen, ist es dann fertig. Das können wir erstmal hoch machen. Das läuft ja richtig hier. So, was hat Sturmfeu uns mitgebracht? Nichts besonderes. Und Fleischblocks. Gut, 4 Runen, das geht ja erstmal so. Gut, wollen wir das jetzt gucken, dass es garantiert ist? Na, machen wir lieber gratis, das ist vielleicht sicherer. So, der fliegt los. Hier haben wir Bäume zum abbauen. Das können wir gleich noch machen. Hier können wir erstmal ein Paket starten. Oh, das eine Paket ist immer noch von Arena 1. Das muss ich auch mal los machen, dass das auch bald fertig wird. So, ohne Zeit ist für eine Stunde auf der Suche. Was haben wir nochmal für Aufgaben? Das machen wir gerade. Das wollen wir machen. Besitze, ja, brüteten wir gerade aus. Und Reise mit Wahl. Ähm, ja. Was haben wir hier? Sammlung. Naja, den hier. 2000 Fisch können wir uns holen. Und links, Dialog überspringt jetzt... Och, das ist ein Schroch richtig gut eigentlich. Damit geht es nämlich häufig mal schneller. Ich weiß gar nicht, warum das im Shop heute so laggt. Irgendwie funktioniert es nicht so, wie es eigentlich soll. So, verbrauche 50... äh, 30.000 Fisch. Ja, das können wir demnächst machen. Ich würde sagen, wir können jetzt hier unten noch für ein bisschen Fisch... Ich meine, den brauchen wir ja jetzt gerade nicht, oder? Hm, sieht schlecht aus mit Fisch ausgeben. Ja, ist gerade nicht so. Da können wir hier die ganzen Bäume abbauen. So... 200 Holz pro Baum. Ist auch ganz gut. Probieren wir hier nochmal unser Glöck. Polierter Bernstein kann man immer gebrauchen. Erst recht später, wenn man dann Statuen bauen kann. So... So... Ah... Das... Es müsste mal so eine Attacke geben, womit man alle schwächen kann und auch noch Damage macht. Das wäre geil. So... So... Den riesenhaften Alten machen wir mal weg. Den machen wir schwächer. Aber der kriegt... Na... Glück ab für uns. Ah... Schade. Gut, dann ist unsere jetzt weg. Wenn er noch nicht weg ist, dann nehme ich mal hier so eine Bäre. Gut, dann... Ja, so hier. Was macht den sein Regenschneider? Greift unseren an. Gut. Ah... Ohne Zahn. Du darfst nicht drauf gehen. Stärke. Noch mal. Und... Jetzt kriegt man ihn weg. Gut. Als nächstes mache ich den anderen da weg, weil die Flüsse natürlich sind extrem stark, finde ich. Jetzt schwächen und da ist er weg. Jetzt nur der Regenschneider. Ah... So, ne. So. Das war's dann mit ohne Zahn. Und weg ist er. Und weg ist er. So, kommt schon ein Paket, irgendein Paket, fände ich gut. Ein seltenes Paket wäre auch geil, aber wir kriegen natürlich nur Fisch. So, dann jetzt den Bernstein. Gut, dann können wir uns den schon mal holen. Kommt gar keine Animation mehr. Hm. Schade. Früher gab's noch eine Animation dafür. Was haben wir hier schon alles so fertig? Oh, müssen wir noch ein bisschen machen. Die ganzen Brücken hier. Das können wir gleich mal machen, dass es wartet. Ich zeig euch's gleich. Wenn es das überhaupt noch... Es geht gleich los. Erstmal hier kurz nochmal Holz sammeln. So, suchen wir mal. Da. Schafe umwerfen. Ist hier neu irgendwo ein Schaf? Es kann dann nicht bloß ein Schaf auf Berg geben. Ist das Huhn? Können wir das kriegen? Dann können wir gleich... Ey, das wäre cool, wenn es... Also, es gibt ja Hühner, mit denen man suchen kann und so. Aber, wenn man einfach die hier nehmen könnte und so, das wäre O40. Und da haben wir einen Erfolg. Ist auch ein leicht sinnloser Erfolg eigentlich, weil... Bringt ja nix, oder? Mal Schafe umzuwerfen. Na, für Valkas Zuflucht muss man eine ganze Weile spielen. Der große Überwild ist auch interessant, finde ich. Ich finde, der große Überwild ist eigentlich mit dem Flüstern Tod immer noch der Beste von den Legendären, finde ich. Könnt ihr mal schreiben, welchen ihr am besten findet. Ohne Zahl einer Verkundung. Gut. Gibt's denn noch was anderes? Schick deine Reiter auf die Reise. Gruppidienstpflichten. Raufen. Spießrutenlauf. Legendäre Drachen. Kostüme. Ja, Kostüme, die können wir uns auch mal ein bisschen angucken hier. Obwohl, das mache ich wahrscheinlich noch in einem extra Video. So, dann... Ja, was wollen wir jetzt machen? Darauf machen wir nochmal. So, dass wir das Paket kriegen. Und dann, ja... Das Video kommt erst... Am 21. So... Gehen wir auf den tödlichen Nader. Und natürlich überlebt er noch. Das ist... Naja... Jetzt gehen wir erstmal auf Fleischklops. Obwohl... Ne... Wir gehen das mal auf den verteidigenden... Verteidigenden... Kronkel. So... Bei Fleischklops hat er keine besonderen... Attacken sogar. Immer schön schwächen. Das hilft immer. Abonniert den Nader. Wir gehen das mal an. Jeden Kampf müssen wir noch machen, Bäume können wir erstmal nicht mehr abbauen, ne schade. Mal sehen, was wir als Belohnung kriegen, ob wir Holz oder Fisch kriegen, ich glaube sogar, wir kriegen jetzt sogar 1000, ich glaube, wenn wir gewinnen, weil unser Lager jetzt hoch, höher ist. Gut, wen machen wir als erstes weg ohne Zahn und natürlich machen wir ohne Zahn erstmal gar nicht, gar keinen Schaden so. So, und damit müsste ohne Zahn weg sein, genau. Können wir jetzt auf den Kronkel gehen. Ey, was machen die mit unserem ohne Zahn, das ist aber nicht gut. Schade. Na ja, egal. Haben wir gewonnen. So, und dann waren wir weg. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure, also was allgemein eure Lieblingstrachen sind, welche ihr am besten findet, oder welche ihr, wenn ihr Aufstieg vom Berg spielt, am meisten spielt. So, vom Sammeln her und so. So. Vier, vier und einen. Gut. Was machen wir morgen wieder? Hier, hier, tun wir nochmal zurückhoben. Na, dann, bis später. So, das ist die R一些. Vielen Dank.